Wir analysieren wirklich von A bis Z, wie ist der Mensch aufgebaut, wie ist sein Selbstbild, was sind seine Glaubenssätze, was sind die Werte, die er vertritt, aber auch das Unternehmen. Erweiter deine Geniezone und scheiß auf deine Schwächen, weil die kannst du ja delegieren. Wir leben ja in einer kleinen Welt. Das ist auch einer der meisten, gerade bei Männern, der meiste Grund, warum sie dann nicht erfolgreich werden oder warum sie wieder irgendeine Scheiße machen, die dann nicht zum Erfolg führt, weil sie ihren eigenen Kopf durchsetzen wollen. Jeder von uns hat To-Dos, die er zu erledigen hat. Die meisten sind aber bessere To-Do-Listen-Manager, als dass sie wirklich die Sachen wirklich umsetzen. Das wäre ein sinnvoller Schritt. Einfach mal das Ego ablegen, diese Maske ablegen. Warum stehst du dir selbst so hart im Weg? Warum? Es kann doch viel einfacher sein, es kann doch viel leichter sein. Wir sind live on air. Jawohl, dann sage ich erstmal herzlich willkommen, lieber Basti. Erklär einfach mal den Leuten, wer bist du, was machst du, wie sind wir zusammengekommen? Ja, hi Stefan, danke, dass ich hier sein darf. Wer bin ich? Ich bin Business Performance Coach Bastian Schmidt. Ich begleite Geschäftsführer, Unternehmer und ambitionierte Agenturinhaber im Wachstumsprozess und im Veränderungsprozess, denn wer skalieren will, der weiß, da sind viele Hürden, viele Sachen, die auftreten und da muss man vor allem in der Persönlichkeit wachsen. Die unternehmerische Reise ist ein ständiger Iterationsprozess der eigenen Persönlichkeit und natürlich kommen da Performance-Probleme auf oder wie strukturiere ich mich richtig. Das wird sicher richtig geil, geiler Mehrwert. Ich habe Bock. Jawohl, dann werden wir das gleich so aufgreifen und für alle Leute, die jetzt nicht verstanden haben, was macht ein Business Performance Coach, was macht Basti? Ja, was ist das? Also wir schauen uns den Menschen erstmal an, weil alle haben immer Business im Kopf, irgendwie eine Strategie oder so, aber sie sehen dann links und rechts, die Leute ziehen an ihnen vielleicht vorbei. Ja, sind schneller da, wo sie sein sollen, holen sich einen Award, holen sich so eine Platte und fragen sich, hey, warum ist das bei mir so schwer? Warum empfinde ich vielleicht Druck? Und da gehen wir her, schauen uns erstmal die Persönlichkeit an. Wir analysieren wirklich von A bis Z, wie ist der Mensch aufgebaut? Wie ist sein Selbstbild? Was sind seine Glaubenssätze? Was sind die Werte, die er vertritt, aber auch das Unternehmen? Was sind die Fähigkeiten, die er hat und die, die man vielleicht ausbauen kann? Was sind Stärken und Schwächen? Das heißt, wir machen auch da eine Analyse und schauen, weil ich bin ein Fan davon, hey, stärk deine Stärken, erweitere deine Genie-Zone und scheiß auf deine Schwächen, weil die kannst du ja delegieren. Wir leben ja in einer geilen Welt. Genau, kannst du outsourcen, kannst geile Mitarbeiter holen, die das viel besser können als du. Da arbeiten wir dann halt dran im ersten Schritt. Im zweiten Schritt steht dann natürlich einfach der Ausbau dieser Stärken. Wir schauen uns die Performance an, wir schauen, wo gibt es da vielleicht Probleme und schöpfen wirklich das Potenzial aus mit einem fortlaufenden Business Sparring. Das heißt, ich halte meine Kunden verantwortlich für die Ziele, die wir gemeinsam setzen und gehen dann diesen Schritt Woche für Woche, Monat für Monat in einem Controlling, in einem Sparring, wie beim Boxen, gehen wir da durch und erreichen leichter und vor allem auch schneller die Ziele. Wenn du wirklich deine Identität mal richtig zerlegt hast am Anfang, analysiert hast, wie wir das machen im Coaching und dann aufbaust zu einer richtigen Maschine, das Allerbeste für dich beanspruchs, sagst, hey, ich bin großartig, ich erreiche Großartiges. Und damit meine ich kein Tschakka-Tschakka oder wir gehen jetzt auf ein Seminar irgendwie Bälle hüpfen oder sowas. Das meine ich nicht damit, sondern wirklich im Detail. Wir setzen uns hin und schauen, was ist eine Identität? Wie kann man die komplett zerlegen und richtig geil aufbauen? Denn wenn du nichts Großartiges für dich beanspruchst, Stefan, oder auch jeder, der hier zuhört, wenn ihr nichts Großartiges für euch beansprucht, dann wird keiner kommen und das für euch machen. Es kommt nicht eine Fee, geflogen, die macht das. Man selbst muss es trainieren. Und da gibt es so eine kleine Metapher, die ich an der Stelle noch mitgeben möchte. Und zwar, dein Unternehmen kann nur so groß und stark sein, wie deine Persönlichkeit. Denn wenn dein Unternehmen oder deine Persönlichkeit der Rahmen ist und das Unternehmen das Bild, dann passt eben nur ein so großes Unternehmen da rein, wie eben deine Persönlichkeit groß ist. Wenn der Rahmen, deine Persönlichkeit größer und stärker wird, dann kannst du auch ein größeres und stärkeres Unternehmen aufbauen, was skaliert. Dann musst du auf dem Prozess nur verantwortlich gehalten werden. Das Leben ist viel zu kurz dafür, um sich mit irgendeiner Scheiße zu beschäftigen. Hol dir Coaches, hol dir kompetente Berater, wie zum Beispiel im Fitnessbereich den Stefan. Oder wenn du Business-Performance machen möchtest, mich gerne oder auch jemand anders, der dir einfach taugt, dem du vertrauen kannst. Und das ist einfach das A und O. Wenn du doch Unternehmer bist, dann beanspruche auch das Beste für dich selbst, um die beste Version deiner selbst zu werden. Absolut. Das häufigste Problem ist, dass Menschen denken, sie sind sehr diszipliniert in einem Bereich, sie erreichen ja alles, sie schaffen ja alles, aber das lässt sich nicht auf den anderen Bereich übertragen. Und dann steht ihr Ego so darüber, dass sie sagen, hey, ich kann mir da keine Hilfe holen. Es funktioniert einfach nicht. Ich muss das ja alleine schaffen. Ja, richtig. Das sind teilweise dann, wie du gerade schon richtig genannt hast, das Ego, was da sehr häufig dazwischen funkt. Das ist auch einer der meisten, gerade bei Männern, der meiste Grund, warum sie dann nicht erfolgreich werden oder warum sie wieder irgendeine Scheiße machen, die dann nicht zum Erfolg führt. Weil sie ihren eigenen Kopf durchsetzen wollen oder weil sie irgendwas aufschieben. Der Nummer eins Erfolgskiller ist diese Aufschieberitis. Jeder von uns hat To-Dos, die er zu erledigen hat. Die meisten sind aber bessere To-Do-Listen-Manager, als dass sie wirklich die Sachen umsetzen. Und deswegen ist Business-Bring bei sowas so wichtig, dass du wirklich verantwortlich gehalten wirst, dass es keine Ausreden gibt, dass es klare Standards gibt. Man kann das nicht alleine. Deswegen verstehe ich diese Leute nicht, die sagen, ich mache das jetzt selber oder ja, ich mache mal ein bisschen Persönlichkeitsentwicklung. Ich habe doch hier ein Buch gelesen. Ich war doch mal bei Tony Robbins auf einem Seminar. Warum brauche ich jetzt jemanden, der meine Persönlichkeit ist? Ja, Alter, weil du es nicht hinbekommst sonst. Weil du es nicht hinbekommst. Ja. Weil du dich mit deinem Shit nicht rausdenken kannst. Absolut. Also Theorie ist immer schön und gut so. Jeder Mensch weiß, wie in der Theorie alles funktioniert. Wenn du mir sagst, hey, wie kannst du von heute auf morgen Millionen Unternehmen aufbauen? Dann kann ich theoretisch auch seinen Plan auf den Platz zeichnen. Und ja, das ist es, wie es funktioniert. Mach das. Aber das ist in der Praxis und das ist genau das, was im Endeffekt fehlt. Jeder Mensch hat seine Blindspots im Unternehmertum, in der Business Performance, im Bereich Ernährung, Training, Sport, was auch immer. Und genau diese Blindspots kann dir kein Buch aufzeigen. Nein. Diese Blindspots kann dir keine Diät aufzeigen. Die muss dir jemand anderer aufzeigen. Also meiner Meinung nach ist es einfach, du hast Blindspots überall in jedem Bereich. Und diese Blindspots kann dir kein Buch aufdecken. Die kann dir auch keine Diät oder keine Analyse von dir selbst aufdecken, weil das sind Blindspots. Du siehst sie einfach nicht selber. Und deswegen sage ich auch, als Unternehmer ist es wichtig, in jedem Bereich, in dem du vorankommen willst, sei das jetzt Ernährung, sei das Training, sei das Spiritualität, Business, was auch immer. Du brauchst einen Mentor, du brauchst einen Sparringpartner. Richtig, richtig. Definitiv. Und ich finde, da muss man, vielleicht könnten wir da mal eine geile Frage eröffnen, die mir gerade einfällt. Woran erkennt man einen Top-Berater, einen Top-Coach? Was würdest du sagen? Also ich denke ganz klar einfach einerseits die Erfahrung und auch der durchlebte Weg, der dorthin geführt hat. Ich kann mir von niemandem, der jetzt selber Übergewicht hat oder selber es nur alleine geschafft hat abzunehmen, erklären lassen, wie funktioniert das im Endeffekt. Man muss sich einfach anschauen, wo kommt der Mensch her, was hat es schon geleistet. Das ist ja das Gleiche wie bei dir. Ich würde mir auch keinen Performance-Coach nehmen, der jetzt im Business selber nicht performt oder der nichts vorzuweisen hat, so eine goldene Platte oder was auch immer. Ja klar, definitiv. Also klar, so Platten sind schön und gut. Ich habe mich auch super gefreut, als ich die bekommen habe oder die anderen Awards, zum Beispiel bei gemeinsamen Mentoren. Aber du hast es schon angesprochen. Ich sehe das auch so. Die Erfahrung charmed everything. Und was ich auch sehr wichtig finde in diesem Kontext sind, welche Probleme und welche tiefen Täler hast du schon gesehen? Und bist du gewillt als Coach, als Berater, da wirklich auch drüber zu erzählen? Also kannst du dich verletzbar zeigen? Bei mir war das zum Beispiel, wenn wir das Thema Business Sparring besprechen. Ich habe mich richtig lange selbst sabotiert. Damals, wo ich Fitness-Coach war und mein Unternehmen aufbauen wollte, ich habe mir keinen Mentor geholt, weil ich dachte, ah, Ego-Thema. Ich kann das ja auch alle selber machen. Was habe ich gemacht? Ich habe mich die ganze Zeit sabotiert. Ich habe Logos gemacht. Ich habe sechs Fitness-Programme, sechs Apps gehabt. Du kannst dir nicht vorstellen, Stefan. Ich habe so viel Kacke gemacht in eine Richtung oder in verschiedene Richtungen, wo ich einfach einen Coach hätte haben können, der sagt, hey, hör mal zu. So machst du das nicht. Das ist der Weg. Let's go. Let's get it. Und auf diesem Weg habe ich dann erkannt, hey, es ist unglaublich wichtig, jemanden an deiner Seite zu haben, der die Vogelperspektive einnimmt und dich über diesen Weg begleitet. Das ist immens wichtig. Warum stehst du dir selbst so hart im Weg? Warum? Es kann doch viel einfacher sein. Es kann doch viel leichter sein. Aber wenn du nicht diesen inneren Drang hast oder dieses Bedürfnis, hey, stimmt, das, was hier die Jungs sagen, was der Stefan oder der Basti sagt, da könnte was dran sein. Vielleicht spreche ich mal mit denen. Das wäre ein sinnvoller Schritt. Einfach mal das Ego ablegen, diese Maske ablegen und sagen, hey, okay, da wurde jetzt was gesagt. Ich wurde vielleicht getriggert. Rein in die Masse. Einfach mal sprechen. Einfach mal die Probleme beschreiben. Und dann gibt es dafür auch eine Lösung. Aber es muss halt nicht so weitergehen, wie es bisher war. Es kann nicht so weitergehen. Wenn du dir halt denkst, wenn ich jetzt sage, ich habe ein Problem oder meine Webseite schaut beschissen aus, ja, dann schaue ich, dass das auf meinen Bullet-Point kommt. Und sobald ich sage, hey, das ist jetzt das Thema, dann kümmere ich mich auch darum. Richtig. Und genauso, der perfekte Zeitpunkt wird halt niemals kommen, sich um irgendwas zu kümmern. Die Welt wird niemals stehen bleiben, damit du dich plötzlich um deine Probleme kümmern kannst. Dein Beruf wird stressig bleiben. Deine Familie wird Zeit kosten. Alles andere wird immer gleich bleiben. Tag und Nacht wird es weiterhin geben und der Tag hat weiterhin 24 Stunden. Richtig. Die können wir einfach nicht verändern. Safe. 100 Prozent. Man baut sich dieses Wissen ja nicht nur auf durch Rückschläge oder durch Eingaben, wo man sich jetzt irgendwas zusammenbastelt, sondern insbesondere mit Menschen. Ich kann Menschen zum Beispiel auch nur analysieren, wirklich auseinanderbauen und wieder zu einer Maschine zusammenbauen, weil ich eben tausende Menschen begleitet habe im Veränderungsprozess. Weil du Muster erkennst, egal ob im Fitness, ob im Mindset, in der Performance, in der Persönlichkeit. Du erkennst ein Muster, wenn du Erfahrung hast. Jeder Mensch, es gibt so ein paar Menschentypen, die immer gleich ticken. Und wenn wir uns dann auf eine Zielgruppe fokussieren, wie zum Beispiel Geschäftsführer oder Unternehmer, die haben auch immer wieder die gleichen Muster. Und deswegen ist eine Online-Betreuung auch viel, viel zielführender und geiler als zum Beispiel im Personal Training. Manchmal ist das auch unzufriedenstellend so. Als Personal Trainer damals, wir kennen das beide, du hast diese Stunden, wie du es auch gerade gesagt hast, ja und dann? Dann hast du vielleicht 10 Stunden mit dem, setzt auch ein Ziel fest, aber dann kommt mal das dazwischen, dann ist mal da was. Dann baut man nicht so diesen richtigen Zielplan auf, so wie das jetzt im Online-Coaching der Fall ist. Es gibt eine gewisse Wochenanzahl, es gibt ein paar Module, die du durcharbeiten musst, es gibt Wissen, es gibt Live-Course, es gibt VIP-Betreuung und du wirst verantwortlich gehalten und du arbeitest in deinem Mindset. Und du brichst alles einmal auseinander, analysierst es, optimierst es und wird besser, 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 sodass du eine richtig geile Maschine wirst, die einfach alles erreicht und sich alles holt, was sie will. In deinem Fall eine geile Figur, einen flachen Bauch, die ganzen Probleme weg und in meinem Fall eben diese Maschine wirklich zu werden, vom Mindset einfach stabil zu sein und nach vorne zu gehen und diesen Wachstumsprozess zu beschleunigen und auch leichter werden zu lassen. Natürlich von unserer Ebene ist es jetzt leicht heraus herabzureden oder einfach zu sagen, hier, ihr macht was falsch, kümmert euch darum, das sind die Auslöser, das sind die Ankerpunkte. Aber jetzt zum Abschluss nochmal, wenn jemand gerade Probleme mit seiner Performance hat im Business, hier irgendwie stagniert, was sind zwei der Top-Tipps, die du denen mitgeben würdest? Zwei der Top-Tipps, wenn du Mindset-Blockaden hast, wenn du deine Pairs nicht auf die Straße bringst, dann ist der Nummer 1-Tipp, hol dir jemanden an die Seite. Nimm Geld in die Hand und wirf das Geld auf das Problem, investier es in dich und es wird gelöst werden von Top-Coaches, von Top-Beratern. Geh zu Leuten, denen du vertraust, denen du die Kompetenz zusprichst. Und Nummer 2, bring deine Gedanken mal zu Papier, weil wir haben 70.000 Gedanken am Tag und die meisten erleben immer wieder das Gleiche, weil 90% der Gedanken gleich sind. Ja, also musst du dir überlegen, knapp 60.000 oder 55.000 Gedanken sind immer gleich. Wie willst du da eine Besserung erzielen? Also für ein Journal oder schreib dir mal, nimm dir mal einen Blog und schreib dir mal deine Gedanken auf. Und dann kontrolliere dich vielleicht selber, hey, was denke ich davon eigentlich jeden Tag? Welche Entscheidung schiebe ich die ganze Zeit vor mir her? Was nervt mich die ganze Zeit? Ist es mein Bauch? Ist es mein stagnierendes Wachstum? Komme ich da nicht so voran? Ist es irgendeine Kunden-Mitarbeiter-Geschichte? Whatever. Schreib es auf, bring es zu Papier. Papier verformt sich nicht und dementsprechend siehst du auch die Connections und kannst dann für dich da zu einer Lösung kommen. Und die beste Lösung ist, dir jemanden an die Seite zu holen. Mega geil, also top Input. Ich arbeite auch persönlich mit Journalen, gebe es auch immer wieder meinen Kunden mit, weil alles, was in deinem Kopf herumgeistert, kannst du nicht ordnen. Es funktioniert einfach im Kopf nicht, diese 70.000 Gedanken zu ordnen. Nein. Gut, du hast eine Sache angesprochen und zwar, du kannst dir Hilfe holen. Basti, wir sind jetzt am Ende angelangt. Wo kann man dich finden und wie kann man dann am besten mit dir in Kontakt treten? Ja, wo kann man mich finden? Da kann man sich, weil ich arbeite auch nicht mit jedem zusammen. Das heißt, wenn du jetzt denkst, oh, ich glaube, ich mit dir zusammenarbeiten will, ich auch wirklich ernst, weil ich sehr persönlich mit den Leuten zusammenarbeite, an ihren Mindset-Blockaden, weil es sehr intensiv ist. Man baut das Ding auseinander, wenn du dich erinnerst von dem Interview. Man baut die Persönlichkeit auseinander. Man macht dich wirklich zur brutalen Maschine, die sich alles holt, was dir zusteht und das mit Leichtigkeit leichter vorankommen. Nicht links und rechts schauen, was die anderen machen und sehen, warum ist es bei denen so leicht und warum ist es bei mir so schwer. Das hat alles ein Ende. Das kann ein Ende haben. Auf bastianschmidt.com bewirb dich da gerne. Dann machen wir ein Analysegespräch, weil du bist nur ein Mindset von deinem nächsten Durchbruch, von deinem Erfolg entfernt und du kannst die Nummer 1 sein für dich, für deine Familie, für dein Unternehmen als Unternehmer, Mann, Geschäftsführer, Ehepartner, was auch immer. Und wenn du daran arbeiten willst, bastianschmidt.com. Hey Stefan, vielen, vielen Dank für die Einladung. Es war mega geil, hat mich mega gefreut und danke, dass ich hier sein durfte. Bis zum nächsten Mal.